Heute ist wieder wir für unsere Stadt und bei uns ist der Putzteufel. Bist du sehr zufrieden mit dem ganzen Wasser? Ja, es ist schönes Wetter und alle putzen schön. Wie viele Leute sind denn diesmal dabei? Mehr als letztes Mal? Ja, es sind mehr als letztes Mal einige tausend Putzteufel. Und wann ist das nächste Jahr? Ja, am ersten Samstag nach den Osterferien wieder. Das ist schön, Putzteufel. Und wo kann man sich anmelden fürs nächste Jahr? Bei der Stadtverwaltung, bei Frau Nolden, sagst du, nicht? Birgit.nolden at Stadt.Leverkusen.de. Super, danke Putzteufel.